Hallo und herzlich willkommen hier vom Klosterhof Meding. Traditionell läutet der Klosterhof mit seiner Hengstpräsentation das Zuchtjahr ein. Altbewährte, aber auch neue Zuchtstars präsentieren sich den Züchtern hier in der eigenen Anlage. Untertitelung des ZDF, 2020 Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand die Fängste waren sehr locker und reell vorbereitet. Ich habe mich insbesondere über den Flanell sehr gefreut, der sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr sehr verbessert hat und unheimlich muskulös geworden ist und sehr elastisch durch den ganzen Körper trabt. Darüber hatten wir uns eben gerade auch in der Gruppe unterhalten. Mir gefällt es immer super hier und wir sind auch gekommen, weil es eigentlich so ein Familienritual ist. Ich, meine Mutter, mein Opa und auch meine Freundin von meiner Mutter. Und wir wollten uns eben den Karajan angucken. Also ich bin ja heute besonders gekommen, um hier den Karajan zu sehen. Und da war ich schon ein bisschen begeistert. Und da war ich schon ein bisschen begeistert. Und da war ich schon. Ich bin ja heute so ein bisschen begeistert. Und da war ich schon ein bisschen begeistert. Und da war ich schon ein bisschen begeistert. Und da war ich schon. Und da war ich schon begeistert und bin ich im Rahmen einer marvel für dich называется. Wenn kam glaube ich jetzt das ganzeamabe. Ich bin jubие. Und da war es dahinter. Und da war ich schon begeistert. Und da war ich schon begeistert. Und da war ich schon sette. Natürlich noch einmal bei mir.